Seit Weihnachten verzeichnen die italienischen Behörden nach eigenen Angaben eine steigende Zahl an Migranten. Ein Grund dafür seien möglicherweise die guten Wetterbedingungen. Allein in den letzten vier Tagen wurden 1500 Migranten registriert. Die meisten davon kamen über Tunesien auf das nur 130 Kilometer entfernte Lampedusa, eine Insel mit etwa 6000 Einwohnern, die nicht einmal halb so groß ist wie Hamburg. Seit Weihnachten wurden Hunderte von Migranten aus dem zentralen Mittelmeer geborgen. Das Schiff Sea-Watch 5 hat bei seinem Einsatz in zwei verschiedenen Rettungsaktionen 119 Menschen aus der Seenot geholfen, darunter ein Dutzend Minderjährige, von denen der jüngste drei Jahre alt ist. Das Team von SOS Mediterranee rettete 244 Menschen an Bord der Ocean Viking. Und das Seenotrettungsschiff CI4 back insgesamt 106 Menschen aus zwei verschiedenen Booten südlich von Lampedusa.